Silvio Heinevetter Datet er bereits eine andere Frau? Das Liebesaus zwischen Simone Tomala, 56, und Silvio Heinevetter, 36, kommt wie Kai aus der Kiste. Zwölf Jahre waren der TV-Star und der Profi-Handballer liiert. Doch die Zeiten sind vorbei. Und statt die zerbrochene Beziehung erst einmal sacken zu lassen, scheint es, als ob der Sportler schon wieder auf einem neuen Handballfeld der Liebe unterwegs ist. Das berichtet die Bunte, die von Augenzeugen einige pikante Infos zugesteckt bekommen hat. Ist Silvio Heinevetter schon wieder in festen Händen? Wenn man den Berichten von Augenzeugen im Stammcafé des 36-Jährigen glaubt, könnte an dem Gerücht etwas dran sein. Der Ex-Mann von Simone Tomala wurde am 11. September in Kassel auf einer Kaffeeterrasse gesichtet. Dort soll er mies gelaunt Platz genommen haben. Seine Laune änderte sich aber schlagartig. Als ihm gegen Mittag eine hübsche Brünette mit dunkelblonden Strähnengesellschaft leistete. Könnte es sich hierbei um ein Date gehandelt haben? Was war Schuld am Liebesaus? Freunde von Simone und Silvio verrieten Bunte, dass die beiden schon seit längerem kein Paar mehr sind. Ist die Liebe letztlich an der Distanz gescheitert? Immerhin lebt die Mutter von Sofia Tomala, 31, in Berlin, während Silvio für seinen Verein MT Melsungen an den die Kleinstadt südlich von Kassel gebunden ist. Oder war es doch der große Altersunterschied? Unwahrscheinlich, immerhin haben die beiden über zehn Jahre lang bewiesen, dass sie den 20 Jahren zwischen ihnen trotzen können.